Wir sind ein Zuliefererbetrieb im Maschinenbau und fertigen hauptsächlich Ersatzteile für Turbinen. Wir haben einen guten Auftragsbestand und befürchten auch nicht, dass das jetzt zu Ende kommt. Unsere größte Herausforderung ist, dass wir natürlich trotzdem im internationalen Wettbewerb stehen und dort gegen Unternehmen aus Asien oder Osteuropa konkurrieren, die mitunter deutlich geringere Preise als wir bieten können, weil sie vor allen Dingen deutlich geringere Personalkosten haben. Geld und auch freie Tage sind immer ein Thema, aber allen ist auch bewusst, dass die Arbeitsplatzsicherheit am Ende an der Wettbewerbsfähigkeit hängt. Natürlich wissen all unsere Mitarbeiter, dass alle Verhandlungen, die wir führen in Tarifrunden, sich im wirtschaftlich Machbaren für die Unternehmen abspielen muss, denn nur in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen kann man auch Arbeitsplatzsicherung betreiben. Wir dürfen es den Unternehmen nicht noch schwerer machen. Wir dürfen es den Unternehmen unterschiedlich. Wir dürfen es den제� Tracy Infrast修から absteigen.